so herzlich willkommen zu hektors brandstifter tag nummer drei wir fangen direkt an der rio ist immer noch dabei ich werde gut gehen ich werde mit den jungen ich werde euch zeigen wie es das tun ich werde euch zeigen Ah, Entschuldigung, die Tasche. Das Schöne war eben, ich habe kurz bevor ich den nächsten Part gestartet hatte, mal kurz gefragt von wo der kommt, von der Ryo kommt aus deutsch und habt ihr ja schon gesehen dass ich kurz mit ihm auf deutsch gejattet habe. Was sind das? Schlüsselkarte, wir versuchen mal, ob wir die finden. Müsste ja ein Geschirr liegen, wenn ich mich nicht täusche. Nein. boah ist das ding laut hatte ich gar nicht mehr so laut in erinnerung wir wollen mal gucken, ob wir noch so ein paar fiction wieder da ist wieder eins kann man ja auf dem dach noch ein bisschen schauen hier ist nix hier drüben ist auch nix drüben könnte noch was sein, jawohl und die anderen sind mehr in den seitengassen da möchte ich jetzt nicht schauen gehen hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier kann aber noch was versteckt sein Das Geld hat er auch rausgeholt, dann ist er gut Kann ich denn übernehmen? Ne, schade Dann habe ich das Joker-Talent ja noch gar nicht Und da ist wieder einer beigetreten Da ist ja schon fast Cheaten Und Max Level Spieler Da ist ja schon fast Was könnten wir dann noch hier kaputt machen? Steig! Put your motherfucking hands up! Put your fucking hands up! Oh shit! Noch 70 Sekunden. Also nicht mehr so lange. Get your ass! Suck my dick, Sniper. Suck it good. Do some trash, Boker. No more. I can't have that one. I don't know. und müsste aufgehen, oder? Ja wo müssen wir dann raus vor vorne ha 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 ob ... ... ... ... Irgendwo ist ein Sniper. 3, 2, 1, geplatzt. Und den Sniper wegschießen. Gut, ich nehm doch die Akimbos. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, jetzt müsste ich rüberlaufen können. Jetzt warten. Das hier ist Dünger generiert. Perfekt. Nochmal nachladen. Und dann renne ich jetzt rüber oder doch nicht. Jetzt aber. Nein, 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 nein. Das ist mal's geilste. Kurz vor Ende kommen irgendwelche Leute rein. Jetzt müsste der Wolf noch herkommen. Jetzt habe ich den anvisiert und dann... ... Oh, komm, ich hol das Päckchen. Oh, der R holt das. Jetzt hat's mich erwischt. Gut. 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 Oh, wir müssen. Süß. Und da kommt der Zahltag. Ach guck mal, ein Tresor. Ist ja wunderschön. Gut, das war's dann mit der Folge Payday 2. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.